Hallo SlotBlog-Freunde, SlotRacing Nachrichten im Oktober 2024 stehen an und ihr seht, wir haben hier ein richtig großes Sortiment, über das wir reden müssen. Absolutes Highlight im Oktober natürlich jetzt für uns alle, wo wir gewartet haben auf die Carrera Hybrid. Jetzt ist es soweit, die Erstauslieferung läuft gerade. Hier steht die Carrera Hybrid namens Devil Drivers. Diese Grundpackung und die Grundpackung Speedway to Hell ist in der Erstauslieferung, aber ihr seht schon, ich habe hier nur eine, hat auch seinen Grund und da sind wir gleich bei der schlechten Nachricht. Ich habe nur einen Bruchteil der vorbestellten Bahnen von Carrera im Moment erst ausgeliefert bekommen. Nachschub soll schon unterwegs sein, das heißt, ich kann bald auch die anderen Vorbesteller Gott sei Dank ausliefern, sodass jeder möglichst schnell mit der Bahn jetzt dann spielen kann, in Anführungszeichen, Rennsport im Kleinen betreiben. Wir haben das Unboxing schon erledigt auf dem SlotBlog YouTube-Kanal. Kanalvideo findet ihr oben in der Infobox. Fahrtest gab es noch nicht, lag einfach daran, dass die Erstauslieferung gestartet ist, hardwaremäßig, aber die App war noch gar nicht verfügbar. Seit heute ist sie verfügbar, wir haben es vorhin gefunden im App Store und somit kann ab jetzt dann richtig gefahren werden, bei denen, die natürlich die Bahn schon zu Hause haben. Im Carrera Hybrid Programm sind ja auch Erweiterungsschienen und einzelne Autos, die jetzt nicht in der Grundpackung mit drin sind. Hier hat die Erstauslieferung noch nicht begonnen. Für alle, die jetzt noch gar nicht wissen, was Carrera Hybrid eigentlich ist, wir haben hier kein SlotRacing, wir sind eigentlich mehr im RC-Bereich unterwegs. Wir haben Autos hier mit in der Grundpackung im Maßstab 1 zu 50, die über Handy gesteuert werden und sind frei beweglich auf dieser Bahn. Die Bahn ist zusammensteckbar, es fühlt sich an wie Plastikplatten, das seht ihr ja im Unboxing-Video und dann kann ich das Auto wie ein RC-Car mit dem Handy über die Bahn steuern. Das Ganze ist KI-gestützt, es gibt softwaremäßig unendlich viele Funktionen, wie wir auf der Spielbahnmesse schon erfahren haben. Wir werden es natürlich in der Praxis testen und uns das Ganze im Detail anschauen und in einem Video zeigen. Von der Carrera Hybrid springen wir rein ins klassische SlotRacing. Hier haben wir im Maßstab 1 zu 24 gleich vier Neuheiten. Davon hier eine Vorneuheit, nämlich der Ferrari 296 GT3 und der kam in zwei Farbvarianten. Es folgt noch eine weitere, die rote AF Corse Variante, die hier in 1 zu 32 schon rauskommt. Die kommt auch noch in 1 zu 24, aber noch nicht jetzt. Jetzt haben wir hier den Ferrari, der beim 24-Stunden-Rennen in Dubai gestartet ist und hier unten aus der DTM 23 den Emil Frey Racing Ferrari 296. Bleiben wir gleich in der DTM 23. Hier haben wir den Audi R8 Evo 2 mit dem Pilot Engstler und Startnummer 8 im Liqui-Moli-Design. Und zu guter Letzt im Maßstab 1 zu 24 eine neue C8R in Silber und Weiß gehalten, mobil als Hauptsponsor mit der Startnummer 4. Aus dem Bereich 124 rüber in 1 zu 32. Wir hatten ihn schon angesprochen, den Ferrari 296. Rot Team AF Corse kommt, wie gesagt, in 1 zu 24 auch. Und hier haben wir die Variante nochmal in klein. Ich stelle es mal nebeneinander. Emil Frey in 1 zu 24, daneben in 1 zu 32. Auch mal schön zu sehen, der Unterschied im Maßstab für alle, die jetzt neu in diesem Bereich sind. So, es geht dann noch weiter mit fünf neuen Farbvarianten. Auch hier im 1 zu 32 war der Ferrari eine Formneuheit. Hier sprechen wir von Farbvarianten, weil es die Formen eben in verschiedensten Ausführungen schon gab. Zwei Modelle sind auch aus der DTM 23. Hier haben wir den René Rast im Schubert BMW. Und hier unten haben wir den Audi R8 LMS GT3 Engsler Motorsport aus der DTM 2023. Zwischen den beiden DTM's hat sich versteckt der Aston Martin Vantage GT3 in einer fantastischen Lackierung. In matt gehalten mit den Hauptfarben Schwarz, Gelb und Blau. Und neu aus dem historischen Motorsport Lantia Beta Turbo in der bekannten Fruit of the Loom Lackierung. Und hier unten auch eine ebenfalls bekannte Lackierung, haben auch schon viele Hersteller im Programm gehabt. Sechs Stunden Silverstone 1980. Vom historischen Motorsport weiter nach Italien zur Firma NSR. Hier gibt es zwei neue Farbvarianten der Corvette C7R. Einmal Martini in gelb und einmal Martini in rot. Aus dem modernen Formensport Formula 22, genannt von NSR, zwei wunderschöne Farbvarianten. Alfa Romeo hier mit dem Kleeblatt Start Nummer 77 und Start Nummer 24 mit dem typischen Alfa Romeo Emblem hier oben am Lufteinlass. Und zu guter Letzt aus dem Formensport 8689 die neue Farbvariante Layton House. Dann möchte ich euch noch einen Digitaldecoder von MPL zeigen. Den brauche ich, um analoge Slotcar auf das Carrera Digitalsystem zu digitalisieren. Und da gibt es eine neue Variante. Gibt es jetzt schon länger, aber viele wissen es noch nicht. Und zwar eine Plug-and-Play Variante. Das ist ein Decoder, der komplett verkabelt ist mit den Steckern und Buchsen, die Carrera auch verwendet. Und auch die Fotodiode ist hier schon verkabelt mit zwei Litzen und 90 Grad umgebogen, sodass ich die ganz einfach in ein Slotcar einbauen kann. Weiter geht es mit einem Problem aus dem Hause Scale-Auto in diesem Fall. Es gibt ja das Fahrwerk für die Home Series, dieses Kunststofffahrwerk für Slotcars im Maßstab 1 zu 24. Und es gibt auch Fertigmodelle, die dieses Fahrwerk verwenden. Erstmal so hier im Lieferzustand beim Einzelfahrwerk als auch bei den Autos ist es so, dass da keine Federung verbaut ist. Für dieses Fahrwerk gibt es aber ein Federungsset. In dem Federungsset für diesen Fahrwerksbausatz als auch für die Fertigmodelle sind leider die falschen Schrauben drin. Die sind viel zu kurz. Wir haben es gemerkt, als wir ein Video drehen wollten über dieses Federungssystem. Die Schrauben sind gestoppt in der Auslieferung. Ich warte auf die neuen Sets mit den passenden Schrauben, damit wir da mit der Federung auch vorwärts kommen. Hier das Video steht in der Pipeline. Da kommt man nicht vorwärts, weil wir eben nicht hier das passende Set haben. Wenn wir bei den Problemen schon sind, bleibt man noch. Hier haben wir noch ein Problem. Das betrifft leider alle meine Tuning-Kits. Ich weiß, ihr wartet drauf, die 132er Tuning-Kits. Da ist gerade das Problem, dass Slot Devil die 27 Zähne-Kronenzahnräder nicht liefern kann. Es kam eine neue Charge. Ihr habt es vielleicht verfolgt. Es gab Probleme damit und die Auslieferung wurde auch hier gestoppt. Somit stehen meine Tuning-Kits auch alle auf Null im Shop. Und ihr wartet eh schon seit vielen Wochen. Ich habe auch unendlich viele Mails dazu bekommen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich nehme Slot Devil Zahnräder raus und gehe auf Slot It 27 Zähne-Zahnräder. Die sind auch bestellt. Ich habe da nur das Problem. Auch die Lieferzeiten, die sind bestellt. Ich habe keine Ahnung, wann die endlich mal ankommen. Und ich werde auch nicht die Mengen herbekommen, die ich jetzt von Slot Devil bestellen könnte, wären die Zahnräder dort lieferbar. Deswegen auch hier der nächste Gedanke. Wir gehen vielleicht weg vom Tuning-Kit von den 27er Zähnen und setzen zum Beispiel ein 28 oder eben 26. Ein Zahn weniger oder einer mehr. Das ist die Frage an euch. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wollt ihr diese Sets mit dem 27er? 27er entspricht der Zähnezahl, die in jedem Carrera Digital 132 Fahrzeug schon verbaut sind. Das heißt, wir ändern gar nichts. Mehr und weniger. Würde natürlich abweichen. Würde mich interessieren, ob euch das interessiert, das Tuning-Kit mit diesen anderen Zahnrädern, um diesen Lieferengpass zu umgehen. Jetzt aber genug mit den Problemen. Jetzt kommen wir hin zu den schönen Nachrichten aus dem Hause Slot Blog. Und zwar betreffen die Nachrichten den Getriebeträger, Achshalter, wie ihr ihn auch nennen wollt, aus gefrästem Aluminium. Die Serienproduktion läuft. Die Teile, die ersten sind bereits beim Eluxieren. Was wir noch nicht genau herausgefunden haben, welche Federn wir jetzt einsetzen werden, da haben wir ja rumgetestet. Und bei dem ganzen Getriebeträger wart ihr ja in der kompletten Entwicklung dabei. Da auch nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die sich hier mit Ideen und Kommentaren beteiligt haben und konstruktiver Kritik. Somit entsteht hier eigentlich kein Slot Blog Achsträger, sondern ein Slot Blog Community Achsträger. Und das freut mich natürlich ganz besonders, wenn wir hier zusammen was aufbauen. Wir sind von diesem Panzer hier gekommen, sind jetzt bei einem Leichtgewicht und die Federung kommt dann noch als i-Tüpfelchen oben drauf. Dann gibt es noch die Variante mit dem 13D-Motor. Hier haben wir auch einen Test gefahren. Auch hier findet ihr das Video oben in der Infobox. Kleiner Motor im Carrera Digital 124 Fahrzeug. Wir waren unterwegs auf der Digitalbahn, haben alle möglichen Tests durchgefahren und es hat bestens funktioniert. Vorteil hier noch, da wird noch eine zweite Entwicklungsstufe kommen mit Langlöchern, dass man diesen kleinen Motor hier verschieben kann und dann möglichst frei in der Getriebeübersetzung hier ist. Da stehen aber noch Tests aus, also dieser Träger ist noch nicht in der Serienproduktion. Direkt im Shop sind jetzt aber schon wieder andere Slot Blog Neuheiten und zwar diese beiden Einrichtplatten. Auf den ersten Blick sehen die erstmal gleich aus, aber die sind komplett unterschiedlich. Wir haben hier vorne einen Schlitz für den Leitkehl und im hinteren Bereich haben wir Überhöhungen. Und die Platten haben jetzt verschiedene Überhöhungen. Wir haben hier auf der einen Seite 0,9 Millimeter. Wenn ich mit der Platte umdrehe, habe ich hier 1 Millimeter. Wofür brauche ich das? Hier kann ich die Bodenfreiheit schön einstellen bzw. auch kontrollieren. Also 0,9 und 1 Millimeter. Bodenfreiheit ist jetzt eher so Richtung Holzbahn gedacht. Und hier für die Plastikschiene haben wir eine zweite Variante. Die hat hier auf der einen Seite eine Überhöhung von 1,2 Millimeter und auf der anderen Seite 1,5. Auf beiden Seiten sind Gummipuffer. Also ich habe hier einen richtig guten Grip, sagen wir Slot Racer ja auch bei der Platte. Die rutscht nicht auf dem Arbeitstisch und die sind bereits verklebt. Da müsst ihr nichts mehr machen. Rot eloxiert. Das ist dieselbe Farbe, die auch dann hier bei den Hinterachshaltern zum Einsatz kommt. Die sind bereits im Shop erhältlich. Und bevor wir zu den zwei großen Kisten kommen, haben wir hier noch was Kleines, Unscheinbares stehen. Aber das hat es letztendlich auch in sich. Wir haben hier Ortmann-Reifen stehen aus Polyurethan. Die sind von vorne gesehen oder von der Seite gesehen schwarz und auf der anderen Seite rot eingefärbt. Was verbirgt sich jetzt hier dahinter? Grund ist eigentlich das hier. Ihr erinnert euch, der war auch schon in der Nachrichtensendung und in mehreren YouTube-Slot-Blog-Videos. Wir haben hier ein Tuning-Kit gebaut mit den roten NSR-Reifen. Der Hintergrund war hier, dass man einfach an der Farbe erkennt, was es der richtige Reifen ist. Und bei der technischen Abnahme ist es einfach. Das war der Vorteil. Nachteil war natürlich, ich habe rote Reifen. Hier bei diesem Auto passt natürlich von der Optik eigentlich gut, aber es ist unrealistisch. Jetzt haben wir einfach einen Kompromiss, nämlich diesen zwei geteilten Reifen. Den montiere ich auf mein Auto. Hier hinten drauf habe ich die schöne Optik. Und wenn ich das Auto von unten anschaue, dann sehe ich diesen roten Ring und weiß, derjenige hat den richtigen Reifen für meine Rennserie benutzt. Die zwei Reifen, die ich habe machen lassen, die sind von Ortmann. Ich habe einmal von der Größe 1 zu 1 den 18KD genommen und habe den jetzt zweifarbig. Und für die 132er habe ich den 33 Bertadora BD. Und diese beiden Reifen passen ja auf sehr, sehr viele Slot-Cars drauf. Die beiden Reifenvarianten sind bereits im Shop und je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt, können wir uns überlegen, ob wir auch noch andere Reifengrößen gemeinsam mit Ortmann machen. Jetzt aber, jetzt geht es zu den beiden Holzkisten. Das sind die Slot-Block-Slot-Koffer. Die sind ja schon länger im Shop, aber auch hier gibt es eine große Neuheit. Nämlich, die werden jetzt nicht mehr als Bausatz geliefert, sondern so wie die hier stehen, werden die verschickt. Und noch eine gute Nachricht, am Preis wird sich nichts ändern. Wir haben die Variante hier, die ist ab jetzt auch im Shop. Ich mache es mal auf, dann sieht man den direkten Vergleich zwischen dem großen Modell und dem kleinen. Der hier steckt im Prinzip in dem Aufbau von dem. Nur habe ich hier mehr Möglichkeiten für mehr Autos. Der mittlere Bereich hier, der entspricht 1 zu 1 dem hier. Schauen wir uns die nächste Schublade an. Die hat eine Besonderheit, nämlich Halterungen hier innen. Zum Beispiel für den schwarzen Reifenkleber. Jetzt kann beim Transport hier der nicht mehr umfallen. Oder die Ölflaschen, die purzeln dann auch nicht mehr im Slot-Koffer rum. Deswegen dieser Schubeinsatz. Als nächstes geht es weiter mit einem kleinen, auch wieder neutral und leer. Und der nächste Schub, der hat wieder hier Aussparungen. Und zwar eine bestimmte Anzahl, nämlich 5 für die wichtigsten Werkzeuge. Der 1,5er Innensechskant, dann der 1,3er, 0,9er und vielleicht zwei Kreuzschlitzschraubendreher. Je nachdem, in welchen Rennserien ihr fahrt. Aber mit 5 komme ich eigentlich immer hin. Die sind hier dann schön sortiert in der untersten Schublade. Was uns jetzt noch fehlt, sind hier diese Einschübe. Hier ist ganz wichtig in einem Slot-Koffer, dass die Reifen keinerlei Berührung haben zur Transportplatte. Deswegen hier vorne die Aussparung für den Leitkehl. Somit kann das Auto hier nicht rausrutschen. Und alle vier Räder stehen immer in der Luft. Und wir haben noch diese Platten, also die aus Holz, sind standardmäßig beim Slot-Koffer mit dabei. Die Platten wird es dann noch alternativ geben aus Acryl-Kunststoff. Somit können die ausgetauscht werden und sind dann auch in verschiedenen Farben noch erhältlich. Farbe ins Spiel reingebracht. So kann lackierter Slot-Koffer aussehen. Hier mal ja taubenblau verwendet. Also da seid ihr natürlich frei in der Gestaltung. Hier innen könnt ihr auch weitermachen. Da Aufkleber noch drauf. Da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten, diesen Slot-Koffer zu gestalten. Das ist das Einzige, was ihr eigentlich noch machen müsst. Oder ihr lasst ihn in Natur. Ansonsten kein Bausatz mehr und fertig im Shop erhältlich. Der Tisch ist frei. Ich möchte euch die größte Neuheit jetzt noch zeigen. Wir sind wieder im Hause Carrera. Und diese Neuheit ist so groß und so schwer, dass ich die hier nicht auf den Tisch drauf bekomme. Es geht um die Ultimate XXL Edition One Grundpackung. Wenn man von der Grundpackung reden möchte, wir sprechen ja eher von einem Rollcontainer mit fast 60 Kilo. Es ist eine Bahn, die im größten Teil frühjahrspurig ist, maximale Ausstattung hat. Vier Carrera-Digitalfahrzeuge sind mit dabei. Im rechten Teil bin ich zweispurig. Ich habe komplett Randstreifen, die Boxengasse und einen Position Tower sowie den Bluetooth-Adapter dabei. Das komplette Unboxing und Besprechung des Layouts findet ihr bereits auf diesem Slot-Blog-Video. Schaut da einfach mal rein. Da ist die Bahn im Detail vorgestellt. Somit sind wir jetzt aber durch mit den wichtigsten Neuheiten aus dem Oktober 2024. Viel Spaß mit den Folgevideos und wir sehen uns dann demnächst. Bis bald. Euer Roland von SlotBlog.de Tschüss.